Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Sense the Survivor wieder hier und zwar mit einem Hunt Showdown Video aus dem Jahr 2020, um genauer zu sein, vom 26.05.2020. Wir haben Duos gespielt und zwar zu viert und sind auf die Idee gekommen, alle vier gleichzeitig, oder was sagt alle zwei Gruppen gleichzeitig, ins Spiel zu starten und gehofft, dass wir auf demselben Surfer landen, auf derselben Map sozusagen und halt zu viert dann gegen die anderen spielen können. Ist eigentlich ziemlich unfair, ging aber auch gar nicht mal so gut. Wir haben ein paar Kills gemacht, aber es ist halt natürlich sehr schwer sich da zu koordinieren und so. Ja, auch killt man sicher gegenseitig die Leute weg sozusagen, also punktemäßig bringt es einem nicht wirklich etwas. War aber ein Experiment und hat auch auf Anhieb gut geklappt, war aber auch eine einmalige Sache und werden wir auch so nie wieder machen, weil es bringt eigentlich nicht wirklich was. So, jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß mit dem Video und ja, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, haut in die Kommentare und ja, viel Spaß damit. Wir sehen uns, tschüssi. Achso, wir wollen mal wieder versuchen zusammen zu spielen. Ja, genau. Bis 0, ne? Also und bei 0 dann bereit drücken, ne? Also 3, 2, 1, 0 und dann bei 0 bereit drücken, okay? Jo. Seid ihr soweit? Ja. Okay. 3, 2, 1, 0. Naja. Dreier Gruppen raus, ja? Sicher? Dreier Gruppen? Okay. Ich hab so ein Spiel gefunden. Zu schön, ja, wir auch. Ja. Das wär ja zu schön, um mal zu sein. Ach, das glaub ich nicht. Instant erstmal über den Haufen schießen. Können wir ein bisschen Kills fahren. Ja, mich haben auch keine Angst, ich werd mir auch lieben lassen. Nach dem dritten Kill. Der andere wird nicht so viel Glück haben. Pascal, wie habt ihr das letztens hingekriegt, zwölf Kids zu machen, ey? 15. Ich hab nur zwölf gemacht. 15 waren es insgesamt. Ich hab zwölf gemacht. Dieser Wahnsinniger. Ein Teufelskerl. Musst du jetzt wieder angucken? Komm mal, du, wie man sich wieder angucken. Hab dir ein Video gemacht. War der Kids auch gemacht? Ja, das ist gestreamt. Also, im Stream, das war... Das war ein Highlight. Naja, das war ein Highlight, ja. Aber da gibt's halt noch das Video dazu. So, wir sind drin, seid ihr auch drin? Ja. Ey. Das ist alles. Unten hängen zwar zwei Ausgänge und oben rechts ein. Ja. Echt? Und fast diagonal so. Catfish. Wo? Catfish. Ey, wir sind daneben. Wir kommen gleich mal rüber. Oh, wie geil. Hab das noch nie erlebt. Ich auch nicht. Pass auf, gleich sind wir wirklich nicht zusammen auf dem Surfer. Und wir kommen rüber nach Catfish und werden abgeknallt von anderen. Zalpurs ist oben über Zalpurs einer auf dem Weg einer und unten auf dem Weg einer, ne? Ja, genau. Zalpurs ist so. Genau, genau. Und oben am Kapelle, am Weg. Genau. Unter der Kapelle, genau. Ja, warte, ich schieße jetzt mal. Alter. Ja? Ich hab's gehört. Geil. Wir kommen rüber. Erster Versuch. Geil. Das hat direkt geklappt, ey. Das hab ich ja noch nie. Ich hab's schon gar nicht mal zu träumen gewagt, dass wir das mal hinkriegen. Schieße noch mal. Ja, die haben ja alle Hunter zusammengeschnissen, die in unserem Level so sind. Selbst manche, die eben 1,2 haben oder so. Oh, da drüben sind wir. Die werden sich gleich wundern, wenn... Achso, das Dumme ist, wir erkennen euch ja nicht. Ja, das sind die in der Mitte. Das sind die in der Mitte. Okay. Wir sind am... Oh, so seid ihr. Oh, Rappen, Vorsicht. Wir sind am Rand. Wir sind am Haus direkt. Die sind da mittendrin irgendwo. Ja, an welchem Haus? Ja, wo das Geländer ist. Der Bosshaus. Achso. Und die sind da irgendwie... Ach, warte. Bist du da? Die sind weiter rechts an den Holzdingern und sowas. Ich hab einen. Schön, das war einer von denen. Der andere ist da hinten. Von euch aus rechts, wo die Holzsterfel sind, dahinter. Ja, ich hab mal was gehört. Ja, ja. Wo die HALF steht. Wer ist denn gesturmt? Da ist noch einer gesturmt. Ne, der ist gesturmt. Ja. Ich komme zu dir. Oh, so weit reich ich nicht. Wo ist denn der Stil, Matthias? Was? Siehst du ihn? Ey, wo seid ihr jetzt gerade genau? Wir sind beim Holzstapel. Das sind die, die ballern da. Ja, ihr habt gerade in meine Richtung geschossen. Achso, du warst das. Warte, ey, jetzt läuft einer auf dem Stil. Ja, ja, das sind wir. Das sind wir. Na, dann sind die alle tot. Ich hab einen erschossen. Nein, da vorne sind wir. Da ist einer. Hier. Bist du auf dem Steak? Hast du ein rotes Temp an? Ja, ich weiß nicht. Ich bin das aber. Wir sind das. Ich hab ein weites Temp. Wo wir jetzt hinrennen, da war einer gewesen. Okay. Ja, da müsste sein Papa noch sein. Okay, jetzt sehen wir euch. Okay, wir kommen jetzt vor. Dann gucke ich mal, ob ich eine Fackel finde und faccle den ab. Ja, lass uns den looten. Ich bin recht. Ja, Carsten, die haben wir schon. Aber war das nur einer? Ne, ne. Ich hab hier einen hin, ich hab den angeschossen. Wenn ich den nicht getötet hab, aber ich glaube nicht. Ihr habt einen erschossen. Ich hab meinen erschossen und dann hab ich noch einen Schreien hören. Naja, der ist ja irgendwie runtergeschoben. Was für ein Händler? Habt ihr ein rotes Händler? Einer von euch? Ich hab jetzt vier Rahmen obgeschäuert. Ah, okay. So, ich renne jetzt auf den Steak. Wo seid ihr? Also, Carsten sieht gerade links von mir. Ja, ich komm noch zu dir. Ich bin im Wasser. Du stehst auf den Tings, oder? Ja, das ist die weise Temptart. Hier hast du eine Silence-Waffe. Ja. Gut. Ach, das. Was geil. Das ist die rote Händler. Sag mal, den Weg ist abbalandiert. Na, siehst du. Wo ist er denn? Da ist er. Cool. Ey. Ja, das macht vollen Schaden, ne? Ja, ja. Der ist genau im Leben. Ich find den nicht. Na, einer. Es ist einer verreckt. Also, ich hab einer schossen. Kurzzeit später. Äh. Na, wollen wir den ver... Hast du den verbrannt, Matthias? Nö. Ach, dann lass uns weitergehen. Was soll's jetzt? Ja, da müssen wir den verbrannt. Da müssen wir den aber verbrannt. So, merkt euch, wie er aussieht. Ja, also weiß und rot. Ey, hier liegt doch einer. Naja, siehst du. Na, siehst du. Weiß und schön. Ja, ja, genau. Und zu kurz noch nach Emmo? Nemosin-O-Pretz hat der. Nemosin-O-Pretz hat er hier. So, der hat ein schwarzes Ding. Und wie sieht der andere aus? Wo liegt der andere? Der liegt da hinter dem Holzstapel. Ja, aber den haben wir wahrscheinlich... Was für Waffen denn? Ich hab die Packs abgenommen. Und was hat er noch gehabt? Eine doppelläufige Rival. Kiltville Rival. Schrotflinde. Der Clou brennt, der Clou brennt. Ach, ihr seid das. Ja. So, ihr seid gerade bei einer Premiere. Wir selber, hat doch noch nie geklappt. Wir haben immer mal versucht, zusammen ins Spiel zu kommen. Wollt ihr nicht den Clou nehmen? Und jetzt hat es mal geklappt. Carsten, holst du den Clou? Wo ist denn der? Da hinten im Eisenhaus. Alter. Hat sie jetzt erledigt. Boah, Steelwater machen wir nicht. Ja, das ist ja gleich hier nebenan. Dann los. Na ja, dann hin. Die werden sich wundern, wenn da vier Mann aus der Bude kommen. Nochmal gucken. Ey, stech den bitte nur zweimal. Ja, ich knall den ab. Lol. Also, Weiß mit okay und rote Tent. Okay. Warte, wie sehe ich denn eigentlich aus? Bist du ja gut aus? Hässlich. Warte, das ist ja bloß beiläufig. Warte mal, du hast ein Tuch vom Mund. Ach so. Ja, genau. Mit einem schwarzen Hut. Okay. Ja, und so hellbraun, beig. Pass an. Oh, du musst ja nicht wissen, wie du aussiehst. Ja doch, jetzt wollte ich es wissen. So, okay. Wir müssen uns ein bisschen konzentrieren. Ich bin in ein anderes Team drin. Ja. Ja. Wir müssen ein bisschen zusammenbleiben. Genau. Die wohnert sich, wenn wir mit der Vierer-Gruppe ankommen. Ja. Aber haben wir Dreier an? Ich geh mit mich ja runter. Ich geh mit mich ja runter. Boah. Okay. Wir müssen uns jetzt ein bisschen hier... Jetzt müssen wir uns organisieren. Ich hab ne Axt. Ich wollte hier schon wieder einer schießen. Ähm, Matze, der Boss ist schon gemacht. Ach so. Ach so. Ach. Ah, jetzt ist es. Wo seid ihr jetzt? Wo ist Carsten? Also, ich bin bei Carsten. Wir sind unten. Wir sind anscheinend... Und einer ist hier oben. So, ich bin bei dir. Alter, er prässt schon richtig vor. Die haben den anderen gemacht anscheinend. Ja. Aber hier... Ich glaub, hier ist nichts. Ja. Nee, die sind weg. Ja. Oder die lungern oben rum. Oder so. Und die zucken sich nicht, weil hier vier Mann rumtoben. Hier ist ein wo? Ich bin noch voll. Mann, nee. Ich hab jetzt von der Abbrunnen. Ja. Schau. Ja, wollen wir da mit dem Bounty rübergehen? Ja. Die sehen ja bloß die zwei mit dem Bounty und die zwei ohne, sehen sie nicht. Ja, wer will den Bounty? Na, ich nicht. Jetzt muss ich auch mal überlegen, ist das besser, wenn ein Team ein Bounty nimmt und ein anderes Team ist praktisch denn... Nee, das ist egal. Ich würde es auch aufteilen. Ach nee, wir müssen es ja auch aufteilen. Hast recht, wisst du wieso, damit wir die Hälfte jeweils bekommen. Ja, oder ihr nehmt das andere Bounty, das geht ja auch noch. Ja, das würde auch gehen, aber das haben wir ja eben nicht. Aber es ist besser, wenn von jedem Team einer... Ja. Kost, nehmt du. Dann nehm ich dich auf, Herr Jai. Ja, das ist schön. Müsst du gucken, dass jetzt keiner rüberkommt. Ja. Ich mach mal hier zu. Ja, das kann doch mal passieren, dass wir uns wahrscheinlich rüberlaufen schießen. Ja, das ist... Wenn das Gefecht so toll wird... Ja... Dann geht man nicht mehr durch. Ja, da müssen wir aufpassen, ne. So, ich werde einmal gucken. Okay, ich habe jetzt auch aufgenommen. Du siehst ja, wer hat dich erschossen. Oh, hier sind... Warte, sind alle hier unten? Ja. Es sind zwei oben. Und zwei unten, oder wie? Ne, ne, es sind zwei oben. Ähm... Wo? Dann gehe ich zu... Wo seid ihr? Wo? Hier läuft was? Von mir zusammen raus, ähm... Matthias. Hinten raus, bei ähm... Ja, kommt doch mal. Hier kommt einer runter mit einer Shotgun. Warte, Ruhe. Los, dann müssen wir die übernehmen. Ich hab's. Dann müssen wir ein bisschen runter. Hast du alles weiter? Nein, nur. Sonst wieder zu... Ja. Ja, sind wir Shotgun. Das ist zu laut, ey. Ey, rennt ihr gerade rum? Ja. Okay. Interesslich. Ey, seid ihr schon oben? Ja. Wir sind jetzt beim Treppen, bei der Treppe. Ihr könnt jetzt selber nehmen, wer das ist, ne? Also... Ihr seid, wo seid ihr? Ihr seid noch drin? Bei mir hier. Bei mir hier. Im Haus. Hier. Da, 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 wo wir haben. Die Treppe, wo... Warte, bist du das? Ja. Zwei Eingänge sind, wo zwei Eingänge sind. Das bin ich. Ach, da sind ja zwei. Achso. Wo die zwei Eingänge runtergehen. Da ist einer am Laufen. Ah, fuck. Wisst wo, ne? Ja, warte. Wir kommen jetzt runter. Okay, das seid ihr. Achso. Oh, ey, Alter, das bist du? Mann. Ich hab's doch gesagt, wo die zwei Treppen sind. Ne, hier sind zwei Treppen. Ja, da ist der Gegner, hab ich gesagt. Da hörtet ihr jetzt an, das sind wir. Also hier, in dem weißen Haus vielleicht. Ich bin über euch. Aber Einer fehlt doch, oder nicht, ne? Ja. Ja, ich komm hoch. Was hat der für eine Waffe? Hat einer Heilung gesehen? Auch eine Romero. Ne. Hier, den kann er luten. Ja, hier oben. Er lute den Medikas. Carsten, guck mal, Carsten, guck mal bitte, wo ein Feind ist. Ja. Der ist hier hinten, Richtung Südosten. Bist du mit Micha? Das ist der, das ist der Micha. Ja, okay. Und sonst noch? Nichts. Alles. Was? Ich hab bei Ihnen, aber, ich hab aber zwei gesehen, oder war einer von euch oben? Na, ich saß hinten draußen, auf der Schräge. Also ich war aber immer noch... Ja, okay, dann warst du, dann warst du das wahrscheinlich. Achso. War der LD, okay, dann können wir eigentlich... Ah, die müssen auch verbrennen vor sich selber. Ja, ja, hat eine Heilung gesehen? Ja, über dir. Hier ist Heilung. Wenn du hier die Leiter hochgehst, da oben. Okay. Boah, das muss besser abgesprochen werden, ey. Das ist... Ja, das stimmt. Das ist gefährlich. Wir hätten uns wieder fast gegenseitig hier getötet. Micha, kommst du hoch? Hier liegt nochmal eine Pax mit... Ach, das ist doch jetzt der Fall, ey. Ich wollte doch eigentlich Feuer mitnehmen. Oh, Mann. Jetzt liegt noch eine Pax mit Skin. Schön, über den Haufen geschossen. Alle haben sie gelootet. Ich werfe da unten jetzt Feuer hin. Kommt mal alle hoch. Warte alle oben? Ja. So, dann gehen wir jetzt Lockway. Alter, da waren auch Explosionen. Okay. Ja, wir müssen nämlich zusammenbleiben. Das bringt sonst nichts. Und aufpassen, dass eben wirklich, wenn einer fällt, das nicht der andere vom gleichen Team. Am besten bleibe ich mit Micha zusammen und du mit Pascal. Ach so, dass man sieht alles klar, wenn die nebeneinander sind. Das man sieht, das ist der Kollege. Ja, Pascal, der rennt immer so schnell. Micha? Das spiel ja doch mit, 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 das spiel ja doch mit. Das spiel ja doch mit, das spiel ja doch mit. Du hast ja selber gerade so... Oh, da sind welche. Wo? Wer hat hier mit der Romero geschossen? Nach der Schieß. Der einer gibt hier Platzpatron. Dafür habe ich jetzt Dings verballert, ey. Sicht. Ja. Ich habe noch zwei Sekunden. Matze, äh, Matze, hast du nicht nur Romero dabei? Ja. Aber ich habe nicht geschossen, ich habe meine Paxen vorhanden. Ja, der hat Platzpatron geschossen. So, ich werde jetzt einmal gucken. Da sehe ich vielleicht zwei Spieler drin. Drin, okay. Im Bossraum okay. Wie es aussieht, mhm. Ist hier der Boss? Also hier. Also drei Spiele haben wir ja sowieso schon gekillt. Die denken sich, hä? Warum teilt sich das Bond hier auf? Und auf beiden Seiten zwei Leute. Warte, Matze, hast du Aufsicht? Nee. Oder, ach, Carsten. Warte, ich schmeiß mal den Fett weg. Ey, ich kann den Dick noch. Ach, du hast doch okay. Geh mal den Pascal. Alter, was ist denn los? Ich treffe die scheiß Hive. Ach, jetzt habt ihr keine Sicht dahinten, ne? Ja. Ach so. Aber wenn ihr das sagt. Oh, drei Leute habe ich mindestens jetzt schon gesehen. Zwei drin und einer auf 270. Da müssen wir die 270 abballern. Die Hive erstmal. Hier hinten irgendwo. Ah, da ist er. Hinten, fast am Baum, da hinten. Okay. Das ist zu laut. Ich habe jetzt niemals gehört, ob ich den jetzt in Headshot gedrückt habe oder nicht. Oh, hier unten hockt einer. Ich bin jetzt aber rausgegangen. Nein! Das ist links um der Ecke mit der Armbrust. Ach, jetzt muss ich dich auf... Warte mal. Pascal, komm mal mit denn, bitte. Ich muss Matthias aufheben. Stimmt. Einer ist an der Strahltür. Achtung. Pass auf, da ist einer noch mit der Armbrust. Pass auf, da ist er. Auf links. Sehr gut. Carsten, guck lieber vorher. Der ist genau da, links. Oh, hinter dir, Carsten. Ja, ja. Oh, aber ich hatte jetzt auch erwischt. Na, Drecksarmbrust. Scheiße. Habt ihr nicht eine Granate zum reinschmeißen? Warte mal, guck gleich. Ey, ich habe jetzt nicht einen von euch gekriegt, oder? Nee, nee. Du hast... Nee, nee. Oh, ja, keiner. Da kam einer raus. Warte, warte, Carsten. Ja. Schmeiß die Granate in die Garage rein, da. Welche Garage? Na ja, in das Tor halt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Also einer ist schon mal tot. Aber ihr habt gesagt, es sind drei. Ja, ja, hinten ist doch einer, ein einzelner. Aber der Rote war gerade in der Stahlkülle drin. Den Roten habe ich gekippt, der liegt bei euch. Mann, scheiße, das war ein Fässer, oder was? Ey, nein, das war eine Ölache. Ja. Fuck. Scheiße, da müssen wir... Ey, fuck. Beide habt ihr Fächern, ihr könnt beide wegfächern. Einer wird sterben, wahrscheinlich. Jetzt kommt Carsten. Michael, komm nach, nach. Nö, Stich, Carsten. Oh, fuck. Nein. Oh, scheiße. Das ging in die Hose. Wir sind raus. Sind alle tot? Also, wir sind raus. Ich glaube, ja. Ja. Ja, kommt wieder. Schön. Shit. Dein Balken. Ja, ich kann noch nicht mal zugucken. Nee. Ey, bitte komm jetzt nicht auch noch. Gut, ich lass mal schon eine rauchen. Ja. Dann bin ich auch raus. Ciao. Ja. Ja. Ja.